Der Ed Schmidt ist tot. Ich habe den Kerl mit unzähligen Messerstichen im Rücken gefunden. Ich brauche jetzt eine Antwort von dir. Siehst du die Dame da hinten? Die in der Gruppe? Das klingt ja wie ein ritueller Mord. Ich kannte den Ed Schmidt nicht. Da muss noch mehr dahinter stecken. Vergewaltigung wäre eine heftige Sache, Diggi. 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 Diggi.